Voll gepackt von teuren Sachen, die das Leben Hühner machen, in ein ins Weekend-Feeling. Oha! Sachen gepackt und es kribbelte. Richtig, richtig Bock! Die Sonne scheint. Wir freuen uns wie ein Schnitzel. Dann wieder los! An die Zugspitze! Können die Spiele wieder beginnen hier mit uns zwei Hühnern. Gerade die Sonne da hinterm Berg unter, das ist so Hammer. Katastrophenladen immer noch. Ich zeig nochmal hier den Blick. Sehr gut. Ich freue mich. Heizung läuft eine Stunde oder 20 Minuten. Toiletten kann man hier auch entleeren, direkt am Platz. Vor allen Dingen im Sommer, das muss doch stinken, oder? Servus ihr Lieben! Hallöle! Ja, wir hatten geplant heute die Hildegard nachzubereiten vom Wintercamping. Und dann hingen sie am Bobby. Die Sonne scheint und es kribbelte. Und so haben wir jetzt schnell Sachen gepackt. Ja. Ja. Und gehen wieder los. Und fahren wieder los. Ja. An die Zugspitze. Nach Garmisch. Nach Garmisch. Ja. Hildegard steht unten. Bobby steht unten. Wir haben alles zusammen gepackt. Nachbereiten können wir auch am Campingplatz, wie auch immer. Oder dann nach dem Urlaub oder nach dem Kurztrip. Aber wir haben richtig Bock und die nächsten Tage soll auch so schön werden. Und ja, wir haben eh frei. Mhm. Also auf nach Garmisch und wir würden uns natürlich freuen. Wenn ihr wieder dabei seid. So machen wir das. Bis gleich. Bis gleich. Gepackt von teuren Sachen, die das Leben für Wunder machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Oha. Da ist aber jemand glücklich. Jo. Freut sich. So, wir haben wieder alles vom Dachgeschoss wieder heruntergeschleppt. Natürlich mit Biotonnen, ne? Schaut mal. Und schaut euch das Wetter mal an. Herrlich, gell? Ja. Kriegt man richtig Frühlingsgefühle. Genau. Frühling ist, wenn der Saft in den Asch steigt. Hallo. Was denn? Ach, hast du wieder, denkst. So, wo packen wir das ganze Zeug noch hin? Das ist eine gute Frage. Hajo. Ja, da hinten haben wir doch noch ein wenig. Ja, schmeißen wir hinten. Hinten was? In die Hildegard rein. Als wir die Hildegard abgeholt haben, ist uns doch noch ein blödes Malheur passiert. Aber das ist wahrscheinlich auf der Rückfahrt passiert. Aber das zeigen wir euch dann gleich am Campingplatz. Was heißt gleich? So anderthalb Stunden. Wir fahren jetzt über Füssen und Österreich, Tirol, Reuthe, Tirol. Und dann nach Garmisch. Also, fahren wir mal. So, ihr Lieben. On the road again. To Garmisch-Partenkirchen. Nach zum Fünf-Sterne-Resort-Camping-Zugspitze. Ja, das war einer der wenigen, die auf hatten. Und da war jetzt wieder echt Zufall, dass es fünf Sterne ist. Aber ich glaube nicht so gut wie der in Hopfen. Weil man liest sich natürlich auch immer vorher die Kommentare durch. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber ich lese mir immer die neuesten Kommentare durch. Und ja, es sind schon so ein paar Sachen, die da immer wieder aufgestoßen sind. Da bin ich gespannt, während wir euch dann später erzählen. Ja, wir haben jetzt so, ich weiß gleich was es waren, 130 Kilometer. Also wirklich ganz Palente. Wir fahren jetzt wie gesagt hier über Kempten-Füssen. Dann auf die A7. Über die Grenze nach Österreich. Da geht es dann ja in die Bundesstraße über. Die ist ja mautfrei. Ich wollte eigentlich über Deutschland fahren. Aber da hätten wir fast 40 Minuten, 45 Minuten länger gebraucht. Und ja, warum dann, ne? Wenn wir eh keine Maut brauchen oder sowas, dann passt das ja eh. Joa, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Joa, eigentlich nicht viel. Wir werden jetzt mal hinfahren. War jetzt echt mehr oder weniger echt kurzfristig. Und ja, wir lassen uns überraschen. Wir haben auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Wir freuen uns wie ein Schnitzel. Und ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Ich glaube auf jeden Fall, achso, ich glaube auf jeden Fall ein paar coole Tage. Wir haben jetzt Montag. Wir werden bis Donnerstag wieder bleiben. Wir haben bis Donnerstag frei. Freitag müssen wir dann auch wieder arbeiten. Und eigentlich dann so wie ein Hopfen von der Zeit her. Und deshalb wollen wir auch nicht so weit fahren. Und das bietet sich an. Ich war schon mal in Garmisch, du nicht. Mhm. Und ja, da gibt es so einiges zu sehen und einiges, was man machen kann. Wir hatten überlegt, ob wir die Fahrräder noch mitnehmen. Es ist grün zwar wieder im Allgäu, aber die meisten Radwege oder Radtouren gehen dann doch schon noch ein bisschen durch die Höhe. gerade im Wald und sowas ist schon noch so ein bisschen immer noch mit Schneefeldern und so zu rechnen. Und deshalb haben wir uns jetzt dagegen entschieden. Ist aber auch jetzt gar nicht so schlimm, wobei ich mal wieder richtig Bock hätte zu radeln. Aber ja, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja, so schaut das aus. Und dann würde ich sagen, auf nach Garmisch-Parten-Grechen. Bis später. 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 Ja ihr Lieben, die Fernpassstraße in Österreich, vielleicht an die ganzen Italienfahrer und Kroatienfahrer, so leer sieht man sie glaube ich selten, hast rein, so lässt sich's doch fahren, oder? Ich musste erst mal gerade nachgucken, wie schnell ich denn mit Gespann überhaupt fahren darf, hier auf Österreichs Landstraßen und Google hat mir 80 gesagt, dann machen wir das natürlich auch, ne? Und immer drauf achten, dass man nicht auf die Autobahn kommt, aber das ist hier ganz gut, immer der Landstraße nach, der folgen wir so 25 Kilometer und ja, dann müssen wir abfahren auf 187, aber das passt schon, wir haben jetzt noch 40 Kilometer und ja, wir freuen uns, wenn wir dann auch da sind und ja, wir haben draußen fast 13 Grad plus, also 14 Grad fast, ja herrlich, weiß nicht, ob das noch zum Wintercamping zählt, schauen wir mal, wir fahren den währenddessen mal ein bisschen weiter, bis gleich, bis gleich. Ihr Lieben, der erste Blick auf die Zugspitze, ist das nicht ehrlich? Och sieht das geil aus, also das ist hier schon wirklich Landstraßenromantik, muss man sagen, also wirklich toll, klasse. Oder, was sagst du dazu? Jo, bin gerade so fasziniert von den Bergen. Berge können schon auch schön sein. Ja, vor allen Dingen, die Sonne scheint 13 Grad, die Leute sitzen alle draußen in den Cafés und ach, da kommt auch schon wieder Frühlingsgefühle auf. So, ihr Lieben. Oh, wir kommen gerade an. Hier haben wir den Campingresort. So, schauen wir mal, da wird's ja hier irgendwo Video überwacht. Hier geht's auf jeden Fall schön berghoch. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich glaube, ich habe in einem anderen Video gesehen, da haben die hier angestanden, bis hier runter. Zum Einchecken. Oh, guckt mal die Berge, ey. Oh, Leute, das ist doch der Hammer. Da geht eine Bahn. Nicht die Deutsche Bahn, aber die Bahn. So, Rezeption. Parkbucht. Da haben wir eine Parkbucht. Ja, das schaut schön aus, ne? Ja, 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 guckt mal. Mit B-Bahn. Da fahren die da noch Ski. Das könnte die Piste da hinten sein, das Weiße. Haben Sie nämlich gerade im Radio gesagt, da wäre Abfahrt gewesen. Und, äh, das wurde abgesagt, weil die Strecke nicht befahrbar ist. Schauen wir mal rein, oder? Jo. 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 Ach, ich freue mich. Ich bin gespannt. Auf dem Stellplatz? Jo. Wir schauen mal. Jo. Ihr werdet es gleich erfahren. Bleiben Sie dran. So, ihr Lieben, wir sind eingecheckt, das kann Tina euch mal erzählen, weil ich rede ja immer so viel, die war diesmal dabei. Hä? Hä? Wie warst du nicht dabei? Ja doch. Und? Und was soll ich da jetzt erzählen beim Einchecken? Ja, wie war es? Waren sie nett? Waren sie freundlich? Ja, die waren sehr freundlich da an der Rezeption. Weiß ich so. Wir haben jetzt... Wir müssen gar nicht so weit fahren. Wir haben Platz Nummer 6. So mittendrinne. Na, schauen wir mal. Gucken wir uns das mal an. Ihr dürft natürlich mitfahren. Jo. Und die Schranke ist ja eh offen. Stimmt. Weil sie sagt, das Kennzeichen wird erkannt. Wir fahren mal zum Platz. Schauen wir uns das mal an. Machen wir. So, dann schauen wir mal. Bis zum Kreisel. Da ist schon mal eins, zwei. Drei, vier. Vier. Fünf, sechs. Sind schon da. Wie die Ralle da. Ist gekiest. Passt ja. Aber nicht so ein Schmuddeldreck. Du musst den Platz auch mal zeigen. Da, mit einem stillen Blick auf die Berge. Jo. Das gefällt mir ganz gut. Aber jetzt auf den richtigen? Ja, ganz außen. Ja, doch passt. Ich bin gerade verwundert, weil da hinten die Wohnwegen stehen und hier stehen nur... Hier stehen nur... Hier stehen nur Wohnmobile. Und Wohnwegen stehen aber da hinten. Deshalb habe ich mich gewundert. Wasser gibt es am Platz. Abwasser gibt es wohl am Platz. Strom sieht auch gut aus. Wir schauen mal. Steigen wir mal aus, ne? Ja. So, ihr Lieben. Angekommen hier an unserem Stellplatz. Oh, eine schöne Größe. Wenn wir uns hier schön, würde sagen... Stellen wir uns hier schön hin. Jo. Was ich schon wieder cool finde. Was ich cool finde, dass das hier gekiest ist. Ja, und hier? Schau mal an. Schau mal, hier keine Matschepampe. Auf den Meter. Hier unten ist Abwasser. Ah. Hier haben wir Strom. Oben. Was ist das? Was ist das? Das ist Toilettenentleerung. Kein Trinkwasser, Trinkwasser ist auf der Seite. Ja. Also Toiletten kann man hier auch entleeren, direkt am Platz. Stand auch in den Bewertungen. Ich weiß nicht, ich finde es auch nicht gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen im Sommer, das muss doch stinken, oder? Das sinken wir auch gerade. Also toll finde ich es nicht. Klar, es ist einfach, aber schön finde ich das nicht. Muss ich ehrlich sagen. Und jetzt zeig noch mal hier den Blick. Schau mal. Geil. Sehr cool. Ja. Ich glaube, ausrichten brauchen wir nicht viel. Nö. Sieht ziemlich gerade aus. Sieht ziemlich gerade aus, ja. Ich fahre jetzt noch mal ein Stückchen vor und dann... Vielleicht kann ich sie auch gleich rückwärts hier rein fahren. Das ist noch einfacher. Ja dann... Schau mal. Schau mal. Schau mal. Lieblingsbeschäftigung vom Floh. Muss ein bisschen dichter kommen, sonst versteht man... Movern. Ja, muss sein, ne? So, schön mit Gardine raus. Ja, die ist uns rausgeflogen während der Faden. Ja, wir haben die Fenster am Standort ein bisschen aufgelassen, damit die ein bisschen Luft zirkuliert. Ja, aber vergessen zuzumachen. Ja, jetzt guckt halt die Gardine raus. Wird die auch mal ausgelüftet. Gell? Wir haben auf jeden Fall, sollte das Wasser hier funktionieren, keinen weiten Weg zum Wasser auffüllen. Das stimmt. Vor allem ist es gefriert nicht ein, ne? Ja. Aber wobei hier schon ein bisschen fresh, hier ist jetzt keine Sonne. Ja, hier ist frischer. Aber so... Der ist ganz schön offen, so, ne? Der Platz. Ja, das stimmt. Schau mal, also... So mit Nachbarschaft, mit Hecken und so. Naja, gut ist es ja... Also da hätten sie auch zwei Meter mehr Hecke pflanzen können, ne? So, guck dir die Hecke mal an, die Trennhecke. Das ist schon ein bisschen... Das ist schon sehr offen, ne? Na ja, gut. Na ja, gut, aber es ist ja nicht viel los, von daher... Eben. Die Nachbarn könnt ihr schon mal nicht reingucken. Aber vielleicht kriegen wir ja noch welche. Ja, wer weiß das schon. Aber mit der Sicht ist genial, Alter. Ja, das ist natürlich... Das Panorama ist... Hammer. Vielleicht geht's den Berg runter. Stopp! Hallo? So, oder? Was? 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 Ich würde noch ein Stück vor. Ist das so eng? Du musst noch die Stützen runter machen. Denk dran. Ja, die sind ja weiter hier vorne. Das ist super. Dann brauche ich mich nicht so böken. Na ja, wenn wir heute Abend im Graben liegen, dann wissen wir es. Ach was. Wäre bei uns ja nicht so ungewöhnlich, ne? Der Kind nix im Grabe. Doch. Können wir das Auto dann jetzt hier so hinstellen? Eigentlich ja, ne? Gehört ja hier noch so zum Platz. Wieso? Aber man hat hier schon schön Fläche, ne? Ja, wir können ihn auch da hinstellen. Der ganze Platz hier nutzen? Ja. Kannst du dein Auto da hinstellen? Ja. Ein bisschen schief starten wir mal. Heio. Ein wenig. So, dann schauen wir mal, was die Wasserwaage sagt, ne? Boah. Guckt mal euch das an, hey. Da geht jetzt gerade die Sonne da hinterm Berg unter. Das ist so Hammer, ey. Ja, die ist gerade weg, ne? Ja. Das haben wir jetzt nicht spät. Gucken. Das war 10 vor 3. Aber es ist ein Hammerbild, wie das gerade untergeht. Na? Haben wir ein Bläschen oder wieder 100? Eins. Aber wir müssen tatsächlich hier wieder ein Stück höher. Okay. Katastrophenladen immer noch. Ja, das ist immer diese Spontanität, ne? Eigentlich wird man ja aufräumen. Sobald wir jetzt so richtig Frühling haben, wird der aufgeräumt. Und der ist vernünftiger aufgeräumt. Das war ja eigentlich unser Plan, aber irgendwie... Hm. Jetzt? Passt. Hm. Oh. Handbremse anziehen. Hast du aber weit hoch müssen, du. Auch wenn einige sagen, sie ziehen sie nicht an, haben sie in die Kommentare geschrieben. Aber wenn ich da auch so ein Ding... Also ich zieh sie an. Äh. Wie macht ihr denn das, wenn ihr steht? Würde mich mehr interessieren, weil wir haben ja so einige Kommentare bekommen, so beim Wintercamping. Was ich auch immer echt super finde. Und ich nehme euch das auch nicht krumm. Nö. Aber klar, ich kann da jetzt... Schaut mal. Kann da jetzt ein Keil hin machen. Ne, den mach ich sowieso hin. Aber ich ziehe doch dann, wenn ich so stehe, ziehe ich doch die Bremse an, oder nicht? Ja, weiß ich auch. Also bin ich der Meinung. Äh. Also ich würde das auch machen. Gut. Dann mach ich Stützen draus. Und dann... Können die Spiele wieder beginnen hier mit uns zwei. Oh weh. Hühnern. Aber schon schön. Also wirklich gefällt mir richtig gut. Richtig umgeben hier von Bergen. Ja. So. Und ist schon deutlich angenehmer, wenn du keine minus 10 Grad hast. Das stimmt allerdings. Sehr gut. Ich freue mich. Bis später. Ja ihr Lieben, so schaut die Geschichte hier aus. Ich habe hier schon Strom angeschlossen, Wasser aufgefüllt, die Heizung läuft. Abwasser steht. Ja. Passt alles soweit. Und es ist nämlich drinnen. Ich nehme euch mal mit rein. Aber da schaut es noch aus echt wie Hupe nach dem Wintercamping. Dann müssen wir mal hier Radio ausmachen. Sonst kriegen wir hier wieder GEMA-Probleme. So. Was ist uns denn hier für Malheur passiert? Ach, das Öl ist ausgelaufen da oben. Wo? Im Schrank. Ist umgefallen. Wo war es denn da drin? Hä? Wo denn? Da war die Flasche Öl drin und die muss uns von Hopfen auf dem Rückweg umgefallen sein. Das ist alles drin. Und das ganze Öl ist hier rausgelaufen bis runter auf dem Fußboden. Ja. Nimm immer richtig verschließbare Flaschen. Leeren wir da raus, gell? Auch wieder so ein Anfängerfehler. Ja, Tina macht jetzt hier drin ein Flasche. Was definitiv auch nötig ist. Und ja, ich werkel hier draußen mal weiter rum. Und mach hier alles fresh. Markise werde ich morgen mal, wenn die Sonne noch da ist, nochmal rauslassen. Dass die nochmal vernünftig abtrocknet. Ja, Stühle und Tische haben auch einige geschrieben, warum ich sie rausstelle. Ganz einfach, weil wir keine Stauklappe haben, wo sie reinpassen. Deshalb stelle ich sie immer raus und sonst würden sie drinnen im Wohnwagen stehen bleiben. Ja, so schaut die Geschichte aus. Hier haben wir schön gegen die Sonne die Zugspitze und eigentlich ja ringsrum Berge. Ich finde den Platz sehr offen. Also wirklich sehr, sehr offen, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so gut. Ich bin immer mehr einer, der so vernünftig abgetrennte Parzellen hat. Aber das ist meine eigene Meinung. Ja, machen wir nachher oder morgen oder so machen wir nochmal einen Rundgang hier. Also wir machen weiter. So ihr Lieben, Wasser läuft, Heizung läuft, Wohnwagen ist wieder einigermaßen sauber. Ja, hier draußen Markise lassen wir jetzt, wie gesagt, tatsächlich diesmal wirklich drinnen. Wie gesagt, wenn wir mal Sonnenschein haben, werde ich sie mal rausholen, mal abtrocknen lassen, nochmal vernünftig sauber machen vom Wintercamping. Ja, hier fliegt die ganze Zeit einen Hubschrauber, der kreist. Es sieht aus, als hätte der jemanden sohn, das ist der Rettungshubschrauber. Ja, uns wird er wahrscheinlich nicht suchen. Ja, was schon mal zu merken ist, hier vorne fährt die Bahn. Da scheint es keinen Bahnübergang zu geben. Das heißt, hier alle halbe Stunde oder 20 Minuten. Jetzt weiß ich, was die mit Kritik gemeint haben. Ja, es ist nicht so ganz, also wenn man es jetzt mit Hopfen vergleicht, so auf den ersten Eindruck. Wir haben uns das Bad und sowas, den Campingplatz noch nicht genau angeguckt. Ist dann aber jetzt schon mal vom ersten Eindruck ein himmelweiter Unterschied. Oh ja. Das muss man wirklich sagen. Aber wir sind ja auch verwöhnt worden, ne? Ja, das stimmt. Aber guck mal, schon der Hintergrund allein hier in der Kamera sieht schon großartig aus. Ja, in dem Fall, wir werden jetzt mal einkaufen. Ich habe Lust auf was Warmes zu essen. Tina eher auf eine Brotzeit. Und ich habe richtig knast. Ich glaube, das gibt einen richtig schönen Döner oder so. Mal gucken. Hier soll in 650 Metern Edeka sein. Die werden wir mal ansteuern. Ja, und dann gucken wir mal, ne? Wie der Tag noch so fair läuft. Was wollte ich noch sagen? Ach so. Ja, ich habe ja Bilder gepostet. Und ja, erstmal auch mal vielen, vielen Dank für die ganze Zeit. Die ganzen Rückmeldungen auch beim Wintercamping. Und vielen, vielen Dank an die ganzen neuen Abonnenten. Und Nachrichten, E-Mails und ach, was wir alles bekommen haben. Und ja, viele, die erzählt haben, wie sie die Videos gucken. Und mit der Frau abends schön Videoabend und Allgäu-Camper gucken. Das ist irgendwie völlig verrückt. Und auch die Wurzelsepp, die wir hatten. Tina häkelt sich schon die Hände wund. Weil jeder möchte irgendwie ein Wurzelsepp haben. Und wir sind eigentlich überwältigt. Also echt klasse. Wir freuen uns da wirklich drüber. Mann, fetten Daumen an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr so treu seid. Und ja, uns immer begleitet. Freuen wir uns wirklich sehr drüber. Noch liebe Grüße an die Melli. Gewöhn dir bitte nicht so das Jo an. Ach, das ist so ein kleiner Insider, glaube ich. Ich glaube, sie weiß, wenn ich meine. Ja, die ein oder andere gewöhnt sich auch schon das Jo an. Ja, Tina kann sich das nicht abgewöhnen. Aber ist auch völlig egal. Wir fahren jetzt einkaufen. Also bis später. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ja, wir müssen noch den gestrigen Tag abschließen. Weil wir haben tatsächlich gestern nicht mehr gefilmt. Wir waren ja noch einkaufen. Und ja, dann haben wir noch in Ruhe hier gemuffelt. Wollte ich gerade sagen, was gegessen. Und haben den Abend eigentlich mal so ein bisschen ausklingen lassen. Ja, der Campingplatz. Wir haben uns das noch ein bisschen angeschaut. Also jetzt noch nicht intensiv. Aber ja, so ein bisschen halt. Und ja, es ist wirklich tatsächlich so. Der Zug hier, ich glaube ab 6 Uhr morgens. Also der hupt einmal kräftig. Und das geht jetzt immer alle 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Ich empfinde es jetzt nicht so schlimm. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben halt jetzt Winter. Also hier ist alles dicht im Wohnwagen. Wenn du im Sommer die Luken auf hast, dann ist das schon natürlich lauter. Naja, mir ist es egal. Weil ich ja bei Europax. Ach. Ja, vom Campingplatz habe ich ja gestern schon so ein bisschen gezeigt. Er ist ziemlich offen. Im Sommer möchte ich hier ganz ehrlich nicht stehen. Aber es ist meine persönliche Meinung. Das Panorama ist wirklich sehr schön hier auf dem Platz. Also das ist völlig, völlig in Ordnung. Aber ja, ich weiß nicht. Also kein Vergleich zum Hopfen am See. Dann bist du bestimmt verwöhnt von dem Hopfen jetzt. Genau. Ansonsten gibt es eigentlich bisher noch nicht so viel zu berichten. Ja, wie kalt die erste Nacht war und wie wir hier geschlafen haben, das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Deshalb schließen wir jetzt dieses Video ab. Und ja, sagen bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten. Ciao. Servus.